Finden und Fügen Finden ist der Titel einer Ausstellung in der Kommunalen Galerie Berlin mit Arbeiten der beiden Berliner Künstlerinnen Claudia Busching und Pomona Zipser. Beide Künstlerinnen verwenden gefundenes Material, das ihnen gewisse Formen vorgibt und das sie zu neuen Gebilden zusammenfügen. Sie experimentieren mit Kontrasten, provozieren mit Widersprüchen, spielen mit Überraschungen und Wechseln sowohl inhaltlicher als auch formaler Art. Frau Zipser, was wünschen Sie sich von den Betrachtern der Ausstellung? Ich liebe es, zwischen den Kunstwerken mit einem amüsierten und vergnügten und mit einem aufmerksamen Blick hin und her zu gehen. Das ist es, was ich mir auch von den Betrachtern dieser Ausstellung wünsche. Dabei erschließt sich allmählich die Ordnung, nach der diese Dinge gefertigt sind, und die Beziehung, in der sie zueinander gesetzt sind. Durch die Zusammenstellung in diesem Raum kommen besondere, neue Aspekte unserer Werke zum Tragen. Vor allem aber wird der Raum selbst unter Spannung gesetzt und verwandelt sich zur Installation, im Dialog zwischen Papierarbeiten, grafischen Objekten, räumlichen Bildern und raumgreifenden Skulpturen. Frau Busching, was bedeutet für Sie als Künstlerin der Titel der Ausstellung Finden und Fügen? Ach, das ist für mich ganz wichtig, denn ich arbeite mit Fundstücken, ich arbeite mit Fundpapier, ich sammle Papier, und das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Mir ist es wichtig, dass das Papier eine Geschichte hat, dass es schon, dass mit dem schon irgendwas gemacht wurde, dass es Gebrauchsspuren hat und dass ich nicht auf ein weißes Papier arbeiten muss. Also ich sammle unterschiedliche Papiere, bearbeite sie, klebe sie zusammen, zerschneide sie wieder und auf die Art und Weise entstehen meine Bilder. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020